Und wir sind mal wieder zurück auf der Single Couch 2024 am Goldboden vorgesessen in Straubing neben mir sitzt der Martin. Martin, wie alt bist denn nun? Wo kommst du her? Also, hab ich dir erst einmal. Ich bin der Martin. Ich komme aus dem Landkreis Kamm in der Oberpfalz und ich bin 29. Und wie soll man jetzt deine Traumfrau? Genau. Wie soll denn die ausschauen oder wie soll die vom Charakter her sein? Nein, ich sag einmal, die sollte einfach zu mir passen. Sollte auch so drauf sein, gerne vorgehen und so. Wie bist denn du drauf? Ja, ich gehe gerne vor, ich gehe wandern und so, ne? Und ja. Bist du ein aktiver Mensch? Was sagst du? Bist du ein aktiver Mensch? Sowieso, ne? Sehbar, ne? Logisch. Wo war denn dann euer erstes Date? Ja, gleich da am Fest, hätte ich gesagt, ne? Ja, wenn wir es so flott zusammenbringen schon. Ja, eben. Hast du dann auch Hobbys? Ja, also, wie ich schon gesagt habe, wandern darf ich gerne und mit dem Auto darf ich gerne umeinander fahren und sowas halt. Und auch feste gehe ich, ne? Ja. Okay. Gibt es denn eine Eigenschaft in dir, wo du sagst, naja, damit muss eine Frau schon gleich kommen können? Ja, eigentlich nicht. Also, meint schon passen. Bist du eine gute Haut, gell? Ja, freilich. Jetzt mal drauf. Du kriegst so zwei Anstecker, die bilden zusammen ein Herz. Das eine für dich und das andere ist für deine Traumfrau dann? Jawohl. Und wenn ihr Martin kennenlernen möchtest, einfach unten auf den Button klicken.